ja diese blöde Frage meine Tochter nicht in Schuhe kämpfen will, das weiß ich doch nicht das ist mir doch sowas von scheiße egal man frag mich doch nicht so eine scheiße wenn sie ins Schuhe kämpft will da soll sie gehen, wenn nicht, da soll sie nicht gehen das geht mir doch am Arsch vorbei und so eine scheiße fragen sie mich hier und wollen eine Antwort sie sind doch nicht mehr ganz normal ja was soll denn der Mist hier da hast du keinen Bock drauf stell dir doch die Frage selbst ne das ist sowas bescheuertes du fragen sie mich was anderes und nicht irgendwie warum will die Tochter nicht ins Schuhe kämpft warum will sie ins Schuhe kämpft Maden und so weiter es ist mir scheißegal verstehst du ja tschüss mach das scheiß Kamerading da jetzt aus es geht mir auf den Sack Mann